Herzlich Willkommen zurück zu Portal 2. Slummit and Juggerdor, Rompielos. Rompel. Rompel. Wir kommen Rompel der Eiswehr. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ziemir unsynonym. Ähm. Oh, shit. Jetzt fängt der shit an. What the fuck is this? What the fuck? Das, das kann ich ja gar nicht. What? Blue, mach dich nicht lustig über Orange. Ha, ha, ha. So ein Tipp. Uuuui. 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 Ich erinnere mich an einige Momente, wo wir uns schon sehr nahe waren. Uuuuuh. Da möchte ich bitte... Oh Gott. Bitte schön. Danke. Ich würde jetzt... Oh, warte, warte. Ich weiß, wie ich dich darüber hole. Mir leid, dass ich das gleich tue. Mein Herz ging schon dezent. Ja. Langsam aber stetig. Sieht auch gar nicht dämlich aus wahrscheinlich. Dö. Ich wollte gerade sagen, wie weit wolltest du noch fliegen. Aber das... Aber das kanntest du echt nicht? Hast du Portal 2 im Singleplayer gespielt? Äh... Äh... Ich hab sogar... Geht's weiter? Ich hab den Singleplayer von Portal 2 tatsächlich nicht gespielt. Lustig. Ich auch nicht. Ähm... Also ich hab ihn teilweise nun gespielt. Ich bin gerade dabei, Portal 1 und 2 als Singleplayer aufzunehmen. Ja, ich hab's auch schon überlegt. Was dann parallel mit dem hier kommen wird. You know? Oh... Aber ich dachte, das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn du eh schon Portal bringst. Ja. Naja, ich weiß... Ich hab's ja jetzt mal wieder versucht, alleine zu let's playen. Aber irgendwie fehlt mir da die Motivation. Ganz ehrlich. Das ist vor allem nicht so witzig. Ja, weil... Und weißt wirklich nicht, wie du das aushalten kannst. Weil jetzt mal... Jetzt mal Realtalk, ne? Halt die Fresse! Äh... Ich... 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 Ich spiel jetzt momentan einfach nur noch hier... Golf... Golfit und... Na... TTT ist es jetzt lang nicht mehr. Aber diese ganzen Multiplayer-Games. Zusammen mit Riko und Marshall. Du hast nicht gesehen. Du warst auch schon mal mit dabei. Ja. Das macht so viel mehr Spaß, als wenn ich alleine herumdödel. Äh... Darum mach ich auch keine Let's Plays mehr an sich. Ja, ich nenn's auch nicht mehr Let's Plays. Also ich bin ja bloß am Streamen. Momentan. Nur noch. Let's Play heißt ja, lass uns spielen. Von daher ist es noch ein Let's Play. Aber... Also so... Ich glaube, du musst darüber. Also ich find's halt, äh... Okay, solche Koop-Sachen noch ein Multiplayer irgendwie zuletzt playen. Aber... Den ersten Mal jetzt alles halt per Livestream und lad dann die Livestreams gecuttet hoch. Genau. Was ist eigentlich was dir, wenn... Ich hab dir da die Wall aufgemacht. Ah, da ist ein Ball. Und den kannst du mir jetzt irgendwie rüberschieben wahrscheinlich. Also ich hab nicht da Wände. Und äh... Kannst du meinen Strahl irgendwie auffangen? Zum Beispiel indem du durch die Wand schießt. Also die ich dir da aufgemacht habe. Guck mal... Warte... 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 Da irgendwie eine weiße Fläche an die du schießen kannst oder so? Äh... Da nicht, ne. Könnt's da machen. Da... Bringt aber nichts. Warte mal. Ne. Ich kann euch da drüben was hinsetzen. Wo? Äh... Du, ich kann auch da hinten hinsetzen. Da... Dann wirst du den Ball in den Traktorstrahl bringen. Wie soll ich den Ball in den Traktorstrahl bringen? Ja, pass auf, pass auf, pass auf. So, der ist doch jetzt gerade genau drin. Ich setz... Ich setz da. Ich setz da. Ne, halt, beschwör einfach ne... Okay. Ist er über dir? Jetzt... Lass fallen. Nein. Ja. Ich stelle bloß ein Problem fest, Trompe. Der Ball muss nicht hier hin. Der Ball muss da hin. Wieso? Aber das kriegen wir hin. Beschwör nochmal einen neuen Ball. Wir haben im Prinzip schon alles richtig gemacht. Beschwör nochmal einen neuen Ball. Und schick ihn aber noch nicht durch. Warte. Nö, nö. Das ist mein... Ähm... Äh... Ja, soweit zu gut. So, und jetzt... Ach so, da ist... Ah, ja, jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Jetzt kommst du zurück. Jetzt kommst du zurück. Aber das Portal ist noch nicht gesetzt. Komm zurück. Du kannst das von hier unten aussetzen. Ich muss durch ne Wand gehen. Hi. Okay. Jetzt setzt du da... Dein Portal hin. Oh, ich seh's. Ja. Ja. Folge mir. Ist das jetzt überhaupt richtig? Ich geh mal raus, ja. Und setzt das zweite da hin. Guck mal, Ball. I believe I can fly. Easy. Und der Ball macht Brrrr. Vor allem jetzt kommen wir langsam zu dem Shit, von dem ich mich noch ein bisschen aus äh, damals Portal 2 Koop Zeiten erinnere. Und ab dem Zeitpunkt war ich teilweise völlig überfordert von dem ganzen Shit. Okay. Okay. Also das war schon richtig heftig. Ne, ich muss ehrlich sagen, ich hab das vor ein paar Jahren schon mal irgendwann durchgespielt gehabt. Ja. Ich weiß nicht, wer das war. Ich hab mit dem keinen Kontakt mehr außer der einen Nacht irgendwie gehabt. Ne, Leute. Das ist in einer Nacht durchgespielt. In einer Nacht von sechs Stunden oder so. Ja. Mac und ich haben das damals schon komplett aufgenommen gehabt. Eww. Für Soda Clones. Also das ist zwei, drei Jahre her oder so. Nach all, nach all den Jahren, warst man immer noch, warst man nichts mehr. Ja. Was ich auch gut finde. Blue, Orange und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Was? Tja, das stimmt. Blue werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Was? 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 Ich hab ihr gesagt, du hättest gesagt, du hättest ihre Mutter gefickt. Das wär aber unsere Großmutter. Ja, und? Die ist doch schon lange tot. Warte, wie hat man das Segeln? Holy fuck. Ich hab Argen. Wo ist diese Wand? Wer von uns darf springen? Und wohin darf er springen? Das ist die große Frage. Ich würde sagen, hier kommt ein Portal. Und? Ja, genau. Ja, aber weit genug springst du hier nicht. Wie kommen wir dazu? Springst du hier weit genug aus? Oh, ich weiß, wie du weit genug springst, Trompe. Wie denn? Flieg hoch, mein kleiner Freund. Und? Oh, oh. Die Sonne brennt dort oben. Heiß. So. Und ich ändere gleich einfach mein Portal und du musst dann deins schnell unter dich setzen. Oder ich setze einfach erst meins, ja? Das könnte schwierig werden, weil ich sehe ja nicht, dass du dein Zweck... Auf drei. Drei, zwei, eins, go! Huiiii! Das war fast gut. Die Idee war gut. Oh, ja. Ich darf typisch rumschämen. Doch, doch. Das ist vollkommen richtig. Muss ich stand nicht auf dem Knopf. Ah. Muss auf dem Knopf stehen. Okay, noch mal. Hey, das haben wir stand nicht schnell gelöst. Das stimmt allerdings. Wie gesagt, zur letzten Folge. So. Drei, zwei, eins, go! Huiiii! Aua. Ich sehe da was. Stammwürfel. Na, da musst du noch früher drauf, damit ich dasselbe tun kann. Soll ich entgegen der Stimmung? Nee, das ist blöd. Kannst einfach runterspringen. Kannst einfach runterspringen. Und wenn ich da was... Der? 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 Nööööhh... Treppe. aos, tatsächlich. Ja, gut! Dann lass uns aber gemeinsam springen! Ach du Scheiße. Denk schon mal hoch. Are you ready? Ja! Drei, две, eins... das funktioniert ja sie ganz ganz tanze luft alle alle ja alle beide ich sag euch ich besorgt mit neue sachen und nichts mehr funktioniert doch kümmert und papa doch mama die nun weiter geht es genau das habe ich schon ewig nicht mehr gehört faridin und weiter geht es ja ich hab den tag mal ich hab den tag mal wieder in die case streams reingeschaut ja ja klar der macht ja nur streaming er hat jetzt ganz auch gehört streamt auch noch ja aber selten ja ja schade eigentlich es ist muss jetzt mal mein feld herz rausschütten mg war mein absoluter lieblingsletzte player wolltest du nicht deswegen auch mal ursprünglich rpg maker let's place machen ja auch erinnert mich da so an dunkel an irgendwas ja zeit um zu springen pg maker spiele bekommen und die sind halt mega du sitzt immer noch an meinem du kannst einfach springen sitzt immer noch heutzutage an meinem jetzt sind glaube ich drei jahre hallo ja es hat so nicht ganz funktioniert musst du dich wohl hier das umsetzen ja habe ich mich vor also ich habe es ähnlich vor wirst du gleich sehen jetzt einmal in die andere richtung ich habe es falsch gesetzt ok ich habe dich weich gefangen dankeschön and again so spring rüber mein kleiner freund ich bin gespannt ob es gleich zu komplikationen kommt warte dass das kann ich umgehen hoffe ich was auf okay ja jetzt brauchst du jetzt brauchst du so eine kugel die da reinpacken kannst keine kugeln laser laser wo ist denn hier ein laser oder reicht der komische strahl hier ja doch war richtig wo ist denn hier ein laser weiß es nicht hast du mir ein was für wird mich jetzt hart also ich kann hier oben nix aktivieren oder so ja ich komme gerade kurz mal rüber haben wir das an bau ist das einfach hier alleine rüber zu kommen ja gut ok unter wasser ist schön die stanz die man machen kann ich habe den laser gefunden begebe ich war kurz dahin dahinten ja begebe ich mal ganz kurz dahin sehen aber ich könnte nicht rollen ich bin ich einfach weiterleiter mal sehen ob das so funktioniert wie ich es denke die gäbe gut kommt kannst du nicht leugnen das lass ich dich alleine machen dann kann ich das ja noch gar nicht ich brauche mich da jetzt hoch zu machen das geht auch verdammt ich wollte ganz gillig machen das ist der potter 2 fast richtig was passiert wenn ich den knopf drücke dann fällt ein würfel runter ne weiter rechts ne so sollte passen meiner perspektive aber tatsächlich war nur aus meiner perspektive nicht hatte ich fange den ich brauch den würfel ach so wohin willst du denn denke ich was was ok ja das ist gut sonst kriege ich dir nämlich nicht ins portal gefeuert weißt du ja gut ich hab jetzt schon angst christus hin mir hier irgendwo an näher ist dumm portale hinsetzen ja der laser muss tiefer ganz in würfel hinstellen oder kannst du dein portal einfach höher setzen stimmt hier ist der treppe kommt rüber ich würde gerade noch wie und wenn ich dich erst überhole warte 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 meine portale so sitzen geht das kannst du durch die wand durchschießen ja also deine portale braucht man doch brauchen wir wenn man kommt rüber dein gelbes portal lässt du gebrochen und auch dein rotes ne dann gäbe es braucht man nur noch dein rotes warte mal meine kann ich umsetzen ja die kriegst du kein portal hin richtig richtig ist natürlich doof ja ja setzt du mich bebringst du mich bitte noch mal kurz nach oben einfach nur nach oben ja genau warum machst du das mit orange 75 kollaborations punkt weniger mindestens so gut aus jetzt könnte werden die jahre von der decke kommen und dann wärst du tatsam dass er groß hat so brauchen wir schon mal ein portal weniger von mir das stimmt das stimmt nicht das problem ist einfalls durch auswärtswinkel er kann es sich da an die wand doch das war immer noch einfalls gleich auswärtswinkel so wer genau gerade war noch mal drehen noch mal also wir brauchen das schon so muss bloß irgendwie dort rüber machen wir mal die tür auf gott aber jetzt kommt ein rot ich habe eine idee ich habe eine idee ja nimmst einzelner portal sitzt dein gott nimmt einzeln total setzt es dahin wie soll ich denn da hinsetzen ja irgendwo hier drüben wo ist egal und kommst rüber wo soll ich das andere setzen ja so dass heute rüber kommen kannst einfach zu mir nein nicht sterben ach so ach so das geht auch okay kommt zu mir kommt zu mir aber ein plan ich lande sicher nicht sterben portal hier wahrscheinlich das was die das und eins halt hier du bringst jetzt mich quasi erstmal rüber springen und also springen runter bekommst du ich schon als sie siehst dann kannst du dasselbe tun ja das war etwas zuvor hattest dann habe ich natürlich nicht gedacht gut das war es dann für diese folge vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal schaut bei rompe oder auf meinem kanal vorbei je nachdem wohl gerade guckt schaut bei mir auf twitch vorbei und bei rompe bis dann natürlich